Alchemische Waffen Alchemische Waffen bezeichnet man die Kombination eines Giftes in fester, flüssiger oder gasförmiger Form mit der notwendigen Waffentechnik, um Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen oder Terror- und Sabotageakten zeitweilig außer Gefecht zu setzen sowie zu töten. Erstmalig setzte die französische Armée im August 1914 ein spezielles Tränengas, Xylülpromit, gegen deutsche Truppen ein. Die darauf folgenden Versuche beider Seiten, ein noch effektiveres Giftgas gegen den Feind einzusetzen, scheiterten jedoch, da sich die auf beiden Seiten getesteten Giftgase bei der Abschusshitze zersetzten. Jedoch erwies sich das Xylülpromit für die Deutschen als gut genug, um es Ende Januar 1915 an der Ostfront bei Bolimo in Polen gegen Russland einzusetzen. 18.000 Gasgranaten wurden bereitgestellt, doch ließ die Wirkung bei Kälte beachtlich nach. Der erste wirklich wirkungsvolle Einsatz von Giftgas erwies sich an der Ostfront bei der zweiten Flanderschlacht zur Jepan am 22. April 1915. Die deutschen Truppen ließen unter General der Infanterie von Demling 150 Tonnen höchst aggressives Chlorgas aus Flaschen austreten. Das schwere Chlor sank unter der Luft in die französischen Schützengräben, tötete 5000 und verletzte doppelt so viele Menschen. Anschließend setzte Frankreich am 22. Februar 1916 erstmals reines Vosgen ein. Diesen extrem tödlichen Kampfgas sind nach Schätzungen die meisten Tode zuzuschreiben. Eines der wohl bekanntesten Kampfgase ist das Senfgas. Auch unter dem Namen Lost bekannt ist es seit dem 12. Juli 1917, als es bei der dritten Flanderschlacht zu Jepan zu vielen entstellenden Verletzungen führte, eines der gefürchtesten Waffen überhaupt. Alle Kampfgase lassen sich allgemein in elf verschiedene Kategorien einteilen. Die wichtigsten Gruppen sind Weißkreuz, Blaukreuz, Grünkreuz, Gelbkreuz und Rotkreuz-Kampfstoffe. Diese unterscheiden sich wesentlich in der Wirkungsweise und zielen auf verschiedene Organe des Opfers ab. Des Weiteren gibt es Blutkampfstoffe, Nervenkampfstoffe, Psychokampfstoffe, Entlaubungsmittel und Herbizide, Brandkampfstoffe und Nebelkampfstoffe. Bunt schießen oder Buntkreuz bezeichnet den kombinierten Einsatz von verschiedenen Giftgasen wie zum Beispiel eine Kombination eines stark reizenden Blaukreuz, welches die Gasmaskenfilter durchdrang und zum Absetzen der Masken zwang mit einem lungenschädlichen Grünkreuz. Die Todesraten von Giftgas waren im Allgemeinen genauso wie die durchschnittliche Letalität im Vergleich zu anderen Waffen gering. Schussverletzungen oder Artillerie erwiesen sich als wesentlich effizienter und effektiver. Dazu kam, dass durch falsche Handhabung und wechselndem Wind das Giftgas teilweise die eigenen Leute attackierte. Dennoch kam es durch Giftgas auf beiden Seiten zu 90.000 Toten und 1,2 Millionen Verwundeten. Somit wurde Giftgas vor allem durch die verursachten Gräuel im Genfer Protokoll von 1925 ausdrücklich verboten.